So stoppen oder stornieren Sie einen Druckauftrag unter macOS. Wenn Sie von Ihrem Mac ausdrucken und das Drucken eines bereits gesendeten Dokuments beenden möchten, stehen hierfür drei Methoden zur Verfügung. Option 1 – Abbrechen über das Bedienfeld des Druckers Wenn der Druckauftrag gerade ausgeführt wird, drücken Sie die Abbruchtaste auf dem Bedienfeld des Druckers, um den Auftrag abzubrechen. Hinweis Wenn der Druckauftrag bereits zu weit fortgeschritten ist, druckt der Drucker möglicherweise trotzdem weiter. Option 2 – Abbrechen im Softwareprogramm Normalerweise wird nach dem Starten eines Druckauftrags kurz ein Dialogfeld auf dem Computerbildschirm angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche Abbrechen aus, wenn das Fenster auf dem Bildschirm angezeigt wird, um den Druckauftrag abzubrechen. Option 3 – Abbrechen aus der macOS Druckwarteschlange Um einen laufenden Druckauftrag abzubrechen, klicken Sie auf das Druckersymbol, das im Dock angezeigt wird, um das Fenster Druckwarteschlange zu öffnen. Klicken Sie auf das kleine X-Symbol neben dem Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube Kanal. 1. 1. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 7. 8. 9. 10. Untertitelung des ZDF, 2020